NIEMALS! Scheiße, wenn das Amanda mitkriegt! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play GTA 5, die Story für den PC. Ich bin Eimerwerfer und wir sind mit Tracy unterwegs. Wollten eigentlich in der letzten Folge noch zum Friseur. Immer noch nicht gefunden. Denn da unsere Familie da ist, wollten wir uns endlich mal wieder ein bisschen im Bad rasieren. Aber das muss ich auch später verschieben, denn Tracy hat natürlich Vorrang. So, guck dich um hier! Hä? Purple Car, das ist er! Fuck, er ist auf dich! Los geht's! Nein! Hey, was hast du da, Freundin? Lass uns reden! Gerne! Ich wusste nicht, dass sie schon einen Zucker-Daddy hatte. Ja, dann werden wir hier mal ein bisschen die Reifen kaputtschießen. So, und jetzt? Ich will ihn nicht töten! So, und jetzt? Ich will ihn nicht töten! Oh mein Gott, du hast ihn töten! 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 Ich kann es nicht glauben! Ich kann es nicht glauben! Ich kann es nicht glauben, dass du das getan hast! Was? Du musst dich sicher sein! Ich wollte nur, dass du mit ihm gesprochen hast! Und in der letzten Folge haben wir natürlich auch wieder ein bisschen mit Franklin den Aktenkoffer da gestohlen und wir arbeiten an einem Raubüberfall. Ich weiß, dass es da gibt! Mein Vater ist einer von ihnen! Du wohnst, Baby! Es ist Zeit, dass du mit deinem Leben ernst bist! Danke für mich! Mein Vater möchte, dass wir renovieren oder ein Haus am Strand kaufen! Ich guck mal, wie viel Kohle habe ich denn bestanden! Kann ich gar nicht gucken, wie viel hier oder was? Dieses Fahrzeug eignet sich nicht! Nicht als Fluchtfahrzeug! Nein! Und wo ist jetzt mein Auto? Steht das hier wenigstens? Wie kann ich Tennis spielen? Yoga machen? Oh! Waffe weg! Oh! Nein! Jetzt habe ich meine Spezialfähigkeit! Ach, scheiße! Ach, die kann ich sogar wieder, wenn ich nochmal darauf rücke, beenden! Geil! Lester! Wir brauchen ein Feuerwehrauto vom LSFD! Täusch einen Notruf vor oder hol dir eins aus einer Feuerwache, wie du es auch anstellst! Finde einen Weg an den Feuerwehrwagen! Klaue ein Feuerwehrauto, um bei der Vorbereitung zum Robbefall zu helfen! Ja, okay! Ich will doch einfach mal zum Friseur, Leute! Solomon! Da wollen wir jetzt aber nicht hin! Ist hier ein Friseur in der Nähe! Ja, da fahren wir jetzt erstmal hin! Ich mach den Scheiß doch nicht mit so... Ich muss mich doch mal wieder versieren! Amanda, ich möchte Amanda beeindrucken! Ach, Tracy! Du wirst doch schon verstehen, dass ein Auto ein bisschen was neuen Lack braucht und so! Oh! 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 Was ist das hier? Wo ist der Friseur? Stipp, schnapp! Oh! Nobel-Friseur! Kann ich dir helfen? Machen wir erst mal einen Bart. Glattrasiert? Nein. Machen wir jetzt mal hier so ein bisschen auf Tony Stark oder so. Naja, der hat ein bisschen anders. Aber nein, wir machen jetzt erst mal so. Was ist deine Sint? Ich bin in love with it. So, ne gucken wir nochmal. Feiner Pinkel. Ach du Schande. Sog umsonst. Hm, also wenn dann eher der hier, oder die Frisur, oder die. Ja, wir machen mal die hier. Wir haben ja die Kohle. Oh, wir haben ja über eine Million, aber da kriegen wir noch kein Haus am Strand für, oder? Bye-bye, beautiful. Danke! Yo, ich fühle mich wie neu geboren hier. So, dann nehmen wir aber jetzt mal nicht Tracys Auto, sondern dann nehmen wir die Karre. Ne, wir nehmen, ne, Muzzle... Oh, was ist da hinten? Dann nehmen wir den hier. Raus da, ich hab neue Frisur. Nein, das war ein Fehler. Schießt ihn hier auf mich. Ich lass mir den Bullen entkommen hier. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber sollte ja kein Ding sein damit. Wie komm ich denn nach Hause? Wo wohne ich denn? Ist das nicht hier in der Nähe irgendwo? Ja, okay, okay. Die Bullen sind weg. Okay, dann... Ähm, Fluchtfahrzeug. Ja, die Karre. An einem abgelegenen Ort. Ja, wo ist hier ein abgelegener Ort? Oh, nee, hier ist kein Abgelegen. Oh, halt, 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 halt. Scheiße, das FIB, wo ist das FIB-Gebäude? Das ist da, ähm, Fluchtfahrzeug, abgelegener Ort. Ach, scheiße, muss ich so weit außerhalb gehen, oder was? Tanken. Oh, hier ist das FIB-Gebäude? Oh, hier muss das doch gehen. Boah, hier muss das doch gehen. Zu steil. O, hier ist das? Ja, hier ist das. So, wie kriegen wir jetzt an... Wie kommen wir jetzt an eine Feuerwehr? Bestanden! Wo ist denn hier eine Feuerwache? Wo ist eine Feuerwache? Die würde ich nämlich gerne persönlich klauen. Ähm... Da, ja, die Feuerwehr. Ne, so ein Auto will ich nicht. Zu langsam. Verfolgungsjagd da hinten, oder was? So, scheiße. Wie komme ich jetzt an eine Feuerwehr? Ich würde da gerne persönlich rein. Ich fahre mal in eine Innenstadt und gucke mich ein bisschen um. Ich habe jetzt leider keine Lust... Ähm... Ich habe ja die Disc-Version mir geholt von GTA 5 natürlich, ne. Es waren ja nur sieben DVDs. Und... Da ist ja eine große Karte bei. Da könnte ich mal reingucken. Sind wir hier schon wieder falsch gefahren. Scheiße. Jetzt komme ich hier nicht weg. Ist das Licht an? So. Feuerwehr! Ihr macht mir das Leben schwer! Ja. Ja. Ich möchte das Feuerwehrauto gern direkt aus der Feuerwache klauen. Okay. Dann fahren wir mal. Hier müsste eine Polizei sein. Feuerwachen gibt es nämlich nicht. Ansonsten muss ich irgendwas in Brand stecken, irgendwas abfackeln, damit die Feuerwehr kommt und mir dann das Feuerwehrauto klauen. Das Licht schon wieder aus. Sieht mich doch keine Sau. Nein, 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 nein. Oh, büß! Uäh! So, hier ist eine Polizeiwache irgendwo. Das hier, oder? Police! Gucken wir mal, ob wir hier reinkommen. Liegt da Geld? Was ist hier? Nee, eine Dose. Was? Was geht, Officer? Hm. Da ist ein Parkhaus. Die Polizeiautos drin. Willst du Probleme? Dann nehmen wir mal hier das Polizei-Moppet. Oh, ich hab'n Stern. Scheiße! Finde einen Weg, einen Feuerwehrwagen zu organisieren. Ja. Fackeln wir das Ding hier gleich ab. Fahren wir mal jetzt. Erstmal müssen wir jetzt den Bullen hier hinkommen. Und dann gucken wir mal, ob wir das Ding hier irgendwo abfackeln. so, damit das noch jeder hört und Licht, dann müssen wir auch anmachen. Ist das jetzt aus? Nee, ist an. Platz da. Und die fahren jetzt alle an der Seite. Das ist doch schön. So, der Stern blinkt. Oh. Scheiße, Bullen. Stern, geh weg jetzt. Du hast Glück, buddy. Ja, der Stern ist weg. Okay, dann machen wir mal jetzt hier. Hier ist ein Parkplatz. So. Wie, hab' ich keinen Benzinkanister oder wat? Wo hab' ich einen Schalldämpfer drauf? Ist das Ding hier eigentlich auch schon vergoldet? Nee. Dann werfen wir mal eine Granate. Mach' mal so einen Kurs und Schmerz los. So, jetzt warten wir mal, bis die Feuerwehr kommt. So, die Bullen kommen natürlich als erstes, oder wat? Die sehen mich nicht. Doch, die haben mich gesehen. Scheiße! Scheiße! Ich will doch niemanden töten. Wo sind denn die Bullen? Äh, die Feuerwehr... Kamen gar keine Feuerwehr, nur Bullen. Tja, jetzt haben wir, jetzt haben wir das, Mann, blöde. Nein! Niemals! Scheiße, wenn das Amanda mitkriegt! Ich muss hier weg. Scheiße, ist ein Helikopter auch noch da. Ich bin der Staunen. Scheiße! Hier komm' ich nicht lebend weg. Komm' ich nicht lebend weg hier. Los, rein da! Ich bin tot. 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 Dann mach' ich tot. Ich bin tot. Alles für'n Arsch! Dreck Scheiß! Finde einen Weg, einen Feuerwehrwagen zu organisieren. Ja, wenn's brennt, kommen mir auch nur die scheiß Bullen. Du, der Wichser! Scheiß Handy-Kerl! Du kannst gar nicht schon was reinstecken! Aua! So. Selber Schuld. Zehn Dollar hab' ich gekriegt. Jawoll! Da hinten steht so ein Zwillingsroder oder wat? Okay, dann wollen wir uns in der nächsten Folge den Feuerwehrwagen vorknöpfen. Mal gucken, wie wir den dann kriegen. Und ich würd' mich freuen, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dann! Ciao! 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 Vielen Dank.